Ich bin Philipp Hofmann. Ich bin Vertreter vom BOCC, Brand Open Car Club. Gleichzeitig bin ich Vertreter vom Peugeot Autohaus Rabe und Autohaus König am Hessenring. Und wie ihr sehen könnt, wir veranstalten die dritte Auflage des Hessenring Tuning Days. Wenn du jetzt beispielsweise Jägermeister Energy hast, dann sagst du, okay, du bist Jägermeister und jetzt Energy zusammen. Du kannst halt beides gleichzeitig machen, je nachdem wie du lustig bist. Wir haben das beste Wetter, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben tolle, tolle Autos da, absolut hochwertige Fahrzeuge. Wir veranstalten das Ganze jetzt zum dritten Mal, machen das einmal im Jahr. Ich möchte mich auf jeden Fall noch bedanken bei den Autos. Autohäusern König und Rabe, ohne deren Unterstützung wir das Ganze natürlich nicht hinbekommen hätten und auch nicht die Möglichkeiten hätten, für uns, für euch sowas zu veranstalten. Es macht uns jedes Jahr riesengroßen Spaß, mit euch zusammen einen tollen Tuning Day auf dem Hessenring zu verbringen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auf jeden, den ihr mitbringt. Kommt nächstes Jahr wieder vorbei. Wir hoffen auf genauso tolles Wetter wie dieses Jahr. Wir freuen uns auch nächstes Jahr auf euch. Bis dann. 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 Bis dann.